So, noch ein Video zu den Evidenzen und wahrscheinlich werden Sie sich fragen, warum so viel mit den Evidenzen, wenn wir doch eigentlich über Krebsdiäten sprechen wollen. Das hat den Hintergrund, dass Sie, wenn Sie Meinungen zu gängigen Krebsdiäten hören wollen, als Totschlag-Argument immer wieder hören, fehlende Evidenz. Und ich möchte Ihnen hier mal exemplarisch zeigen, was wir uns darunter jetzt praktisch verstehen. Man muss dazu sagen, es gibt tausende Evidenzeinteilungen. In etwa jedes Land nimmt eine andere Evidenzauflistung. Es gibt Evidenzauflistungen oder Evidenzlevels für molekulare Marker und, und, und. Ich würde Ihnen hier jetzt mal ein Modell präsentieren, was es so nicht gibt, zumindest nicht ausformuliert, aber vielleicht so ein bisschen zum Verständnis beiträgt, was es mit den Evidenzen denn genau auf sich hatte. Und in dieser umgedrehten Pyramide, die ich auch noch in die Ampelfarben gepackt habe, ist ganz unten im roten Dreieck die Idee. Das heißt also, ein Onkologe meint, warum auch immer, dass etwas funktionell zusammenarbeitet, dass er eine gute Idee hat, was therapeutisch wirken könnte. Das ist vom Evidenzlevel natürlich das Niedrigste. Und das hatte ich auch in der Frage mit abgebildet als Onkologenmeinung sozusagen. Zweite Stufe, das ist In-Vitro. In-Vitro, Vitro heißt Glas, das kennen Sie von der Vitrine. In-Vitro meint eigentlich eine Petrischale, in der Zellkulturen sind. Also In-Vitro und Zellkulturdaten werden eigentlich synonym benutzt. Zellkultur heißt, Sie haben Zellen mit einer spezifischen Eigenschaft, Krebszellen, die eine spezifische Mutation beispielsweise tragen, nicht großartig noch andere Zellen, nach Möglichkeit keine Großblutzellen oder irgendwas in der Art. Und Sie versuchen dort ein Wirkprinzip aufzubauen, indem Sie zeigen, dass eine spezielle Substanz womöglich den Zellwachstum hindert oder womöglich zum Zellsterben führt. Das ist, wenn Sie sich an das letzte Video erinnern, das, was eigentlich Flemming mit dem Penicillin gesehen hatte. War ja nicht freiwillig oder nicht extra so gemacht. Aber er hatte gesehen, dass in der Petrischale, wo er seine Streptokokken oder Staphylokokken hatte, Schimmelpilze gewachsen sind und diese Schimmelpilze die Bakterien gekillt haben. In vitro gibt uns aber noch keinen Aufschluss, ob sowas überhaupt mit dem Leben vereinbar ist. Nichtsdestotrotz ist die nächste Stufe der Evidenz in vivo Daten. Und vivo, das ist das Lebende. Das heißt, hier kommt der Transfer, ob das, was man in der Petrischale in vitro gesehen hat, auch in vivo eintrifft. Und im Falle von Penicillin waren die in vivo Daten ziemlich gut. Normalerweise werden Mäuse genommen, aber die Herren, die sich um das Penicillin gekümmert haben, haben Ratten genommen, 25, mit Bakterien infiziert, richtig reingespritzt und der Hälfte Penicillin gegeben, der anderen Hälfte nicht. Und außer einer Ratte überlebten alle Penicillin behandelten Ratten das Experiment, während die nicht behandelten Ratten relativ schnell starben. Aber wenn man das kritisch sieht, muss man ja auch hier sagen, so richtig nah am Einsatz im Menschen ist man ja immer noch nicht. Es gibt hier, weil wir wie gesagt Maus als Paradeorganismus sehen, die ganz klare Aussage Mais tell lies. Also man sollte, wenn man klinisch orientiert ist, auch den Mausdaten nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, beziehungsweise diese nicht überinterpretieren. Wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir bei diesen drei Evidenzlevels das, was wir vorher gezeigt hatten beim Penicillin. Wir haben die rähklinische Rationale. Aber in der Frage, die ich gestellt hatte, was Sie am meisten glauben würden oder worauf Sie am meisten vertrauen würden, hatte keiner von Ihnen diese Antwortmöglichkeit gewählt. Und klinisch kommt jetzt, oberhalb der roten Linie, das gelbe, die niedrigste Stufe der Evidenz in diesem Fall, sind die Case Reports, die Einzelfallberichte. Da hatte ich auch nachgefragt und ich persönlich finde die auch super wichtig, weil die geben einen den Anhalt, ob eine Therapie womöglich funktionieren kann. Kritikpunkt ist natürlich, das sind Positivberichte. Sie haben nicht die Information, wie vielleicht 50 andere Patienten von einer Substanz profitieren würden, weswegen die Case Reports deutlich im Ansehen, was die Evidenz angeht. Nichtsdestotrotz dürfen Sie hier natürlich auch nicht vergessen. Wir werden immer genauer, was zum Beispiel die genetischen Analysen im Tumor angeht. Wir kriegen immer feinere oder unterschiedlichere Patienten raus. Und wenn jetzt ein Case Report zeigt, bei einem Patienten, der vier oder fünf spezifische Mutationen hatte, dass etwas gewirkt hat, kann man nicht zwingend im Nachgang fordern, jetzt macht mal eine klinische Studie, wenn das womöglich eine sehr seltene Kombination ist. Nächste Evidenzlevel ist die retrospektive Studie. Retrospektiv heißt, dass man die im Nachgang auswertet. Die Daten sind schon da. Man guckt sich diese Daten an und wertet eine Fragestellung aus. Das ist, wie gesagt, ganz klar angesehen als eine Stufe unter der prospektiven Studie, zu der wir als nächstes kommen, weil man hier sagt, naja, die Einschluss-, die Vergleichskriterien, die die Patienten haben, sind ja nicht gleich. Man kann gar nicht darauf schließen, dass die Patienten gleiche Voraussetzungen hatten, auch wirklich gleich behandelt worden sind. Man kann nicht ausschließen, dass es einen sogenannten Selection Bias gibt, also einen Fehler, der mit der Auswahl der Patienten zu tun hat. Ich muss ja nicht zwingend alle Patienten auswerten, von denen ich Daten habe. Das sind so ein bisschen die Pain Points an den retrospektiven Studien. Nichtsdestotrotz muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass die Digitalisierung in der Medizin wahnsinnige Schritte macht und wahnsinnig voranschreitet, sodass es zur Folge haben kann, dass diese retrospektiven Studien über die ganze Welt ausgewertet werden und man eben nicht die Informationen von einem kleinen Zentrum hat, sondern wahnsinnig große Datensätze. Und die prospektive Studie, das ist halt die, wo man von vornherein sagt, welche Patienten analysiert werden oder behandelt werden, das ist das Höchste der Gefühle, was die Evidenz angeht. Das kann nicht korrumpiert werden durch ein Selection Bias, dass ich mir nur die guten Patienten in Anführungszeichen oder die Patienten, die meine Hypothese stützen, raussuche und analysiere, sondern hier wird natürlich jeder Patient ausgewertet. Prospektiven Studien, das sind auch die, wozu ich das Stakeholder klinischer Studienvideo gemacht hatte. Also hier ist noch ein enormes Monitoring-System hinter. Hier wird wirklich sehr darauf geachtet, dass es den Patienten gut geht, dass alles dokumentiert wird, was mit den Patienten passiert und, und, und. Und wenn da am Ende rauskommt, dass Therapie A besser als Therapie B ist, dann ist das die höchste Stufe der Evidenz. Und hier sind wir natürlich bei den klinischen Beobachtungen, die die Wertigkeit erhöhen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann muss man eine große Kritik an der Evidenz ein bisschen lassen. Die Definition der Wirksamkeit, also ob ein Mittel wirksam ist, wird zwar durch die Endpunkte formuliert. Ich kann sagen, vielleicht verlängert dieses Mittel das Überleben oder vielleicht sprechen mehr Patienten an. Aber dann ist halt die Frage, um wie viel verlängert es das Überleben oder wie viel mehr Patienten sprechen mit dieser Therapie an oder sprechen überhaupt Patienten unter der Therapie an. Das ist meistens vorab nicht definiert und das ist eine Schwäche der meisten Evidenzlevels. Zweite Schwäche ist, dass wenn man aus der Präklinik in die Klinik kommt, das heißt In-Vivo-Daten schon generiert hat, und Sie dürfen die In-Vivo-Daten jetzt nicht vergleichen mit den Toxizitätsdaten, die wir in den klinischen Studien hatten, das ist eine andere Fragestellung. Hier kommt es auf die Wirksamkeit an. Dann muss man sagen, Verträglichkeit ist auch so ein Aspekt, der normalerweise nicht schwarz auf weiß in der Evidenzbeurteilung mit vorkommt. Das kann ein Mittel sein, wo 70 Prozent der Patienten das nach zwei Wochen zur Seite schmeißen und keine Lust mehr haben, das einzunehmen, weil sie permanent Nebenwirkungen haben. Das ist so nicht abgebildet. Das also nur vorweg als kleine Kritikpunkte an den Evidenzlevels. Ich habe mir überlegt, als nächstes kommen ja die Krebs-Diät-Studien und ein bisschen wie bei den Nebenwirkungen oder den Endpunkten, das wird nicht bei einem Video bleiben. Wenn wir betonen, dass irgendwo die Evidenz fehlt, dann muss man sagen, es gibt aber auch Evidenz, dass etwas nicht wirkt oder andersherum, dass eine Hypothese widerlegt ist. Das wird das nächste Video, da werde ich mich auf ein paar von Ihnen gar nicht genannten Antwortmöglichkeiten wie die Gerson-Therapie oder so, einfach um zu zeigen, woher da die Überlegung kommt, das so zu machen, wie man es macht. Danach mache ich, das ist die letzte Frage, die ich Ihnen gestellt hatte, vergangenen Montag, ein Video zu der fehlenden Evidenz, Fragezeichen muss man dazu sagen. Da gehen wir die Antwortmöglichkeiten von der letzten Frage durch und da werden Sie sehen, das sind ja keine absolut, keine absurden Möglichkeiten, die wir da anbieten, sondern das sind ja durchaus seriöse Ansätze. Die schauen wir uns mal an, also konkret, was kann Vitamin D, was kann die ketogene Diät. Und zu meiner Freude kann ich ein drittes Video ankündigen, das ist jetzt in einer anderen Farbe, nämlich von einer lieben Kollegin von mir, die auch Ernährungsberaterin ist und sich in der Aufgabe spezialisiert hat auf das Thema Ernährung bei Krebs. Das heißt, die wird Ihnen ganz konkrete Empfehlungen geben, was man bei Krebserkrankungen zu sich nehmen kann, soll oder auch nicht machen sollte. Da freue ich mich persönlich auch total drauf. Bis zum nächsten Mal.